Wir sind angekommen und der Otto muss schon wieder essen, das ist schlimm. Aber wir sind ja alle dabei, ne? Sehr schön. Ich bin auch schon fertig mit Karten schreiben. Ich hab schon die 10. Karte. Frau Mayer-Rosso liegt ganz vorne. Ronaldo ist hinter Messi, das wird ihm nicht gefallen. Nein, nein. Er wird ziemlich unzufrieden sein. Eine super Atmosphäre, doch. Tabea, wie gefällt's dir? Super. Super, ne? Also ich wäre ja auch traurig gewesen, wenn wir irgendwas anderes gehört hätten. Herr Otto, schmeckt es Ihnen? Zufrieden mit der Qualität? Okay, gut, gut. Sehr schön. Ja, wir müssen jetzt auch mal essen, wir enden später dann nochmal. Ciao.